Ich grüße dich. Hast du in letzter Zeit eine starke Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht und merkst, du veränderst dich? Du wächst aus deinem Umfeld raus und die anderen kommen dir irgendwie oberflächlich und komisch vor? Und merkst du, dass du so einen inneren Ruf hast, der dich irgendwie dazu zwingt, die Zeit dazu ruft, dein Leben zu verändern und irgendwas anderes aus dir zu machen? Wenn ja, meinen Glückwunsch, weil wir als Menschen, wir wachen gerade kollektiv auf, wir entwickeln uns, wir verändern uns und mein Name ist Marc Oswald und meine Aufgabe ist es, Menschen wie dich und mich zusammenzubringen und Räume zu schaffen, wo wir unser Potenzial gemeinsam entdecken und entfalten können und unter den normalen Menschen zusammenkommen, um was Cooles zu erschaffen. Und wenn dich das irgendwie anspricht und wenn du merkst, da ist was, was gerade raus möchte, was nach Connection sucht, dann swipe nach oben, dann bekommst du erstmal einen Free Course zum Thema Leben aus der Freude raus und dann connecten wir uns gemeinsam. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020